Hallo Leute, heute fangen wir Hasen mit Aria zusammen. Und es geht los! Auf die Hasen fertig los! Und da laufen die Häschen wieder. Sie sind wieder so flink unterwegs und... dass man die ja erstmal kriegen muss hier. Nein! Nein! Ich bin vorbeigeritten! Aber diesmal krieg ich dich hier. Die sind so wendig und so schnell, da weiß ich gar nicht immer, welchem ich hier hinterher reiten solle. Habt ihr da irgendein Thema gefunden, wie ihr schneller die Häschen fangen könnt? Also, ich hab irgendwie noch keins gefunden. Komm schon, ich brauch noch einen Hasen! Komm, 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 komm! Ach, geschafft! So, da haben wir Häschen zusammengefangen. Also, wir leveln jetzt noch hier ein bisschen zusammen weiter. Und ich nehm das dann alles so Stückchen für Stückchen für euch auf. Also, bis später!